Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seid auf der Suche nach einem Upgrade für euer Heimkino, dann heißt es dranbleiben, denn heute geht es um unsere Top 3 43 Zoll Fernseher. Wir stellen euch drei Modelle unterschiedlicher Preisklassen mit ihren Eigenschaften vor. Weitere Details zu den Produkten findet ihr dann wie gewohnt in der Videobeschreibung, schaut dort gerne einfach mal rein. Starten wir nun aber mit dem Video und dem ersten Modell. Das Modell der ersten Preisklasse ist das Modell von Hisense. 4K UHD bietet viermal höhere Auflösungen als Full-HD-Fernseher. Schaut euch eure Lieblingssendung an und taucht ein in die neuesten Filme oder genießt jeden Moment der angesagten Spiele. Dolby Vision, inspiriert von der Kinotechnologie, sorgt die Dolby Vision HDR-Technologie für eine erstaunliche Helligkeit und Kontrasttiefe, die 40x heller und 10x dunkler ist als bei Standardbildern. DTS Virtual X genießt ein beeindruckendes Klangerlebnis, ohne dass ihr hohe Lautsprecher benötigt, denn die Basswahrnehmung versetzt euch mitten ins Geschehen. Ein einfaches, intelligentes und intuitives Betriebssystem, das den Zugang zu zahlreichen Inhalten von Apps wie YouTube, Netflix und Prime Video vereinfacht und euer Fernseherlebnis unterhaltsamer macht. Alexa Build-In bedient euren Fernseher mit eurer Stimme. Bittet Alexa, einfach Musik abzuspielen, Nachrichten anzuhören, das Wetter aufzurufen oder euer Smart Home zu steuern und vieles, vieles mehr. Alle Sportbegeisterten werden von ihm überzeugt sein. Der Sportmodus erkennt, wenn ein Sportsignal eingeht und schaltet das Gerät in den Sportmodus, um ein beeindruckendes Live-Erlebnis wie im Stadion nachzustellen von Bild und Ton. Der Spielemodus erhöht eure Chancen auf legendäre Siegel, indem er die Eingabeverzögerung deutlich reduziert. Somit ist der Fernseher auch für Gamer geeignet. Weitere Details zu diesem Produkt findet ihr im ersten Link der Videobeschreibung. Das Modell der zweiten Preisklasse ist der Fernseher von LG Electronics. Genießt mit dem LG UP75 farbenprächtige und detaillierte Bilder in Reel 4K UHD-Auflösung. Dank Quad-Core 4K-Prozessor mit AI-Sound und Active HDR-Unterstützung kommen eure Inhalte optimal zur Geltung. Gaming-Fans profitieren von vielen Features, die das Spielerlebnis noch intensiver machen. Der Fernseher ist ein 4K-UHD-Smart-TV mit 108 cm bzw. 43 Zoll Bildschirmdiagonale. Die Außenmaße betragen 97,3 x 61,1 cm und der Fernseher verfügt über eine Wesernorm 200 x 200 mm. Das Smart-TV basiert auf WebOS 6.0, also LG, ThinkQ mit Apple, AirPlay 2, Home-Dashboard, Google Assistant und Amazon Alexa. Außerdem ist der Fernseher mit der Magic Remote von LG kompatibel, welche ihr allerdings separat erwerben müsst. Beim Prozessor kommt ein Quad-Core 4K-Prozessor mit AI-Sound zum Einsatz. Der Fernseher verfügt über einen Triple-Tuner, DVB-T2, HD, CS2, LAN, AC, WLAN, Bluetooth 5.0, zwei HDMI 2.0-Anschlüsse, einmal i-Arc, einmal ALM, ein USB-Anschluss, ein optischer Ausgang und das CI Plus 4.1-Modul. Alle weiteren Informationen findet ihr im zweiten Link der Videobeschreibung, schaut dort unbedingt rein. Das Modell der dritten Preisklasse stammt von Samsung. Design im Rahmenlook, The Frame sieht nicht nur aus wie ein TV, sondern auch wie ein eleganter Bilderrahmen. Ihr könnt diesen QLED 4K The Frame mit einer variierbaren Auswahl an Design-Elementen und Bildinhalten an eine eigene Vorstellung anpassen und erlebt, wie der elegante, ultraschlanke Samsung QLED sich nahtlos in euren Wohnraum und eure eigene Innenrichtung einfügt. Erhältlich ist der 4K-Fernseher in den Größen 75 Zoll, 65, 55, 50 und 43 Zoll. Verschönert euren Raum, präsentiert eure persönlichen Kunstkollektionen stilgerecht im Art-Mode der Samsung QLED. Mit seiner Fähigkeit, ein riesiges Spektrum kuratierter Kunstwerke zur Schau zu stellen, ist The Frame ein Smart-TV, den ihr euch anschauen wollt, wenn er ausgeschaltet ist. Zusätzlich stehen euch 1400 klassische und zeitgenössische Meisterwerke, neben faszinierenden Fotografien und viel weiterer Inhalte im Art-Store zur Verfügung. Jede Szene im richtigen Farbpunkt, dank der begeisternden QLED-Bildqualität, sieht alles, was ihr euch anschauen wollt, spektakulär aus. Erlebt mit The Frame TV ein intelligente und vernetzte Art Fernsehsehen und genießt dank des Quantum-Doch-Technologies lebendige Farben mit bis zu 100% Farbvolumen. Dank SpaceFit-Sound könnt ihr auf die Umgebung abgestimmten Sound genießen, ganz egal, ob der Samsung TV sich an der Wand oder auf einem Lowboard befindet. Ein weiteres Feature dieses QLED 4K 60Hz-TVs ist die One-Cable-Solution und eine lückenlose Slim-Fit-Wandhalterung, welche im Lieferumfang enthalten ist. Wenn euch dieses Produkt gefällt, dann findet ihr alle weiteren Informationen im dritten Link der Videobeschreibung, schaut dort einfach mal rein. Das war dann auch unser Vorstellungsvideo zum Thema 43-Zoll-Fernseher. Wir freuen uns über eure Fragen und Anmerkungen in den Kommentaren des Videos. Falls wir euch weiterhelfen konnten und euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.